Bei der Stimmung der mitgereisten Fans liegt es nicht, die sind top. Achtung, nächste Chance und da ist das 2 zu 1. Der eingewechselte Stürmer, alles richtig gemacht von Gernot Messner, Len-Ijan Stremski. Ja, super reingeschossen, guter Laufweg auch, das Torschützen. Kommt da im Tempo an. Ja, das kann ja der Lindl, die schießt ja richtig gut die Standards. Wieder beide Tore seiner Mannschaft vorbereitet. Ja, Selbstvertrauen haben wir schon genug, weil im Endeffekt haben wir im Frühjahr jeden geschlagen, außer die direkten Konkurrenten. Und wichtig ist, dass die Mannschaften, die nicht im Titel kommen, dabei sind, dass man nie schlägt. Und das schaffen wir im Moment und deswegen gibt es noch Selbstvertrauen für die letzten Runden. Ja, Konsisten. Ja, Konsisten. Ja, Konsisten. Untertitelung. BR 2018